Dass Antibiotika unser Darm-Mikrobiom schädigen können, ist den meisten Menschen bewusst. Aber haben Sie sich schon einmal die Frage gestellt, warum auch andere Medikamente das Darm-Mikrobiom beeinflussen können? Wir haben in der Studie untersucht, wie das Parkinson-Medikament Entacarpon, das viele Parkinson-Patienten weltweit einnehmen, sich auf das menschliche Darm-Mikrobiom auswirkt. Was ist das Medikament? Dass das Medikament 29 Prozent der mikrobiellen Bewohnerinnen des menschlichen Dickdarms verändert in ihrer Abundanz, also Häufigkeit. Und wie wir dann eine ganz moderne Methode der chemischen Bildgebung eingesetzt haben, um auch noch die Aktivitäten zu messen, also nicht nur die Häufigkeit, sondern auch, wer wird aktiver, wer wird weniger aktiv, haben wir gesehen, dass da sogar noch eine größere Anzahl an Mikroben im Darm auf dieses Medikament reagiert. Wir haben uns dann die Struktur dieses Medikaments, die chemische Struktur genauer angesehen und sind auf die Idee gekommen, dass es vielleicht Eisen binden kann. In der Tat führt die Gabe dieses Medikaments im Dickdarm des Menschen zu einem Eisenmangel, der dann wiederum auf bestimmte Bakterien selektioniert, sagt man, also die bevorzugt während dieses Wachstum vieler anderer Mikroben unterdrückt. Und diese an diese niedrigen Eisenkonzentrationen so gut angepassten Bakterien sind leider auch häufig sogenannte Pathobionden, die eben für den Menschen schädlich sind. Und hier könnte auch ein direkter Zusammenhang bestehen zu den häufig beobachteten gastrointestinalen Nebenwirkungen des Medikaments. Eisenmangel als Konsequenz der Gabe eines Medikaments und dadurch erzeugte Verschiebungen in der Bakteriengemeinschaft des Darms war so noch nicht beschrieben. Und wir sagen aufgrund chemischer Ähnlichkeiten anderer Medikamente voraus, dass dieser Mechanismus nicht nur auf dieses Parkinson-Medikament beschränkt ist. Unsere Studie hat jetzt einen Mechanismus gezeigt, wie ein Nicht-Antibiotika-Medikament das menschliche Darmmikrobiom schädigt. Und das ist etwas sehr Seltenes. Da wir jetzt diesen Mechanismus verstehen, haben wir auch Anknüpfungspunkte, um hier einzugreifen. Wir wollen jetzt im nächsten Schritt herausfinden, ob man das auch für Patientinnen so machen kann. Also kann ich auch in der Behandlung, indem ich Eisen in den Dickdarm bringe, die schädlichen Nebenwirkungen dieses Medikaments reduzieren. Das ist allerdings nicht so einfach, wie es klingt. Wenn man Eisen hinzugeben will, um diese schädliche Wirkung zu minimieren, muss man Wege finden, dass dieses Eisen erst im Dickdarm freigesetzt wird. Und daran forschen wir gerade, wie man das am besten bewerkstelligen kann. Jeder von uns hat ein unterschiedliches Darmmikrobiom und viele von uns reagieren unterschiedlich auf unterschiedliche Medikamente. Entweder wirken die unterschiedlich gut oder wir haben verschieden starke Nebenwirkungen. Das kann mit Genetik zu tun haben, das kann aber und wird auch häufig mit dem Darmmikrobiom zu tun haben. Indem wir jetzt besser verstehen, wie Medikamente mit dem humanen Darmmikrobiom interagieren, können wir in Zukunft einen Schritt in Richtung personalisierte Medizin machen und sagen, welches Medikament, wenn ich verschiedene zur Auswahl habe, ist für welchen Patienten mit welchem Darmmikrobiom am besten geeignet.